Herzlich Willkommen zurück zum Let's Play for Minecraft auf dem GroupCraft Server. Wir meinen noch ein bisschen, da wir ein paar Beachregale brauchen und Levels brauchen und so. Da haben wir noch nicht so viel machen können, aber wir gehen da mal ein bisschen Haus bauen heute. Machen wir mal eine Baufolge wieder. Ich will unbedingt noch kurz Diamanten finden. Ich bin schon süchtig. Wir werden jetzt viele Diamanten brauchen für die verschiedenen Spitzsacken, Schwerter, Waffen, alles mögliche. So und einen Bogen mache ich dann auch noch und dann gehen wir in den Neffer. Ah ja, genau Obsidian. Das muss ich kurz nachher noch holen. So. Jetzt noch Redstone. Aber es ist nicht so, ähm, gerade so extrem lohnt. Weil ich keine Diamanten finde. Wieso denn nicht? Kann mir das mal einer sagen. Ich hätte gerne an Bordjammot. Wir haben glaube ich irgendwie sechs gefunden. Einen haben wir geschenkt bekommen. Von dem Novolem. Und den Rest weiß ich nicht. Der Rest weiß ich nicht. Das ist E hier unten. Ich weiß es nicht. Ich las ihn. Mit einem Leitsprecher wird es wahrscheinlich nicht einfach sein als mit einem Headset. Aber ich suche den jetzt nicht und grab mich irgendwo 20 Meter weit weg. Also ringsherum, 20 Meter ab. Dafür habe ich nicht so gute Spitzhocke. Und es nervt halt auch. So. Also dann wenden wir da gleich das Stripten. Das Stripten. Das ist mein. Wir machen Striptease. Ach komm schon. Wo ist jetzt wieder der Stripeingang? Wir finden hier überhaupt nichts. Was ist denn los? Tja. Holen wir hier noch ein bisschen Diorit. So. Fürs Haus. Letztens. Ah. Gold. So. So. Bücher soll ich nicht allzu langweilig machen. Machen wir mal rein hier, was wir können. Machen kurz neue Kisten. Ah, die will ich jetzt nicht gerade hier machen. Ähm. Ja, hier kann ich noch eine Kiste machen. So. Du kommst mit. Dann machen wir hier noch. Polierte Diorit. Polierte Diorit. So. Ist der hier so oder? Ja. Ja. Gut. Die machen wir wieder rein. Die Diorit haben wir nochmals. So. Ähm. Mit dem bauen wir unser Haus jetzt noch kurz fertig. Tiere sind noch nicht fertig. Ähm. Ähm. Jo. Ja. Haben wir keine Erde. So. So. Also hier machen wir noch eines drauf. Dann sind's vier. Ja. Da müssen wir schon fast zwei noch drauf machen. So. Mal schauen was wir hier, ähm, machen. Also was hier. Modernes. Eine Villa. Können wir machen. So. So. Und dann machen wir hier, ähm, ja, da muss ich an das Holz nehmen. Noch einen Boden, einen anderen Boden aus hier unten. Weil der fürs Schlafzimmer ist dann nicht so hellgut. So. Du brennst noch bitte. Ach komm. Geh mal raus hier. Du nervst Diorit. Du hast bald ein Problem. Ach. Muss das abhören. So. So. Was wir machen ist jetzt eine Axt. Eine Axt bitte. So. Die anderen nehmen wir raus. Machen die zuerst fertig. Und der Boden. Da. Aber es reicht wahrscheinlich nicht so noch. So. Hat er was gesündet. Nö. Okay. So. 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 könnte ich ihn fragen. So. 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 ZOMBAY. ZOMBAY. Was er Liebe hat. Aber. Ähm. Naja. So. Richtig. Ähm. Genau. Haar. Genau. So. Wie ich werden. Hab ich keinen. Im Fussballischen. Wär es. Am nächsten. Käme vielleicht Messi. Oder Neymar. Aber. Ähm. Ja. Nicht so. Also. Würde sagen. Ja. Der spielt genauso wie ich. Also. So. Wie er will ich spielen. Meine ich so. Und. Ähm. Also. Jetzt. Bin ich eher so. Der. Schnelle Typ. Der gerne Geschwindigkeit aufbaut. Trippelt schön. Und. Ähm. Nicht so einer der angibt oder so. Das. Das möchte ich überhaupt nicht. Fussball ist für mich. Kein. Kein. Kein Choreo. Also. Keine. Wo man etwas angeben muss. oder sonst irgendwas. Solche Fußball mag ich auch nicht. Ähm. Jo. So. Vorbild im Leben oder so. Habe ich jetzt wirklich auch überhaupt nichts. Das kann ich euch jetzt nicht sagen. Ähm. Ich tue mein Ding. Wieso ist der oben? Wieso ist der oben? Ich würde mal kurz verheizen können. Ich frage mich wie die nach oben kommen. Die können doch nicht irgendwie hochglitschen. Komm hier. Nein. Komm hier. Können die nicht mehr runterfallen? Mal. Ist die Kaie schon schlechter geworden. So. Das sind zwei ja. Ach. Die glitschen dann wieder so herum in den Ecken. Ach. Mojang. Bitte. Macht wieder etwas. So. Ich mach das noch weg. Damit die Blätter dann auch erschwinden. Dieser Baum ist hier gerade im Weg. Der auch. So. Und, ähm... Was ist denn los? Hä? Wie kommen die raus? Das liegt doch nicht irgendwie am Server, oder? Lol, können die zwei springen? Lass sich mir mal zuschauen. Wie kommen die raus? Seit wann können die Leitungen klettern? Wie soll ich mir denn das machen? Ah, ich weiß, glaube ich, wie. Oder ich mach's so. Kommt die hier hoch? Ich hoffe, die können jetzt hier nicht raus. Wenn die hüpfen, wisst ihr, und dann rausgehen? Ja, wir hätten's sehen. Wir testen das dann mal. So. Die Kerne möchte ich gerne wieder rein tun hier. Gut. Noch einen Apfel mitnehmen. So. Und zwar... Machen wir den Boden fertig. Schauen nach einem anderen Holz. Ja, ich müsste mal ein bisschen Schwarz-Eichenholz holen irgendwo. Ja, ich hab gerne dunkle Schlafzimmer. Da kann ich ja nirgends hier das eintun. So. Ja. Das Haus geht also jetzt normalerweise noch nicht so weiter. Machen wir dann etwas anderes. Zuerst mal möchte ich Obsidian abbauen. Ich möchte das Portal einfach vorbauen. So. Gehen wir zu Lava, wo wir Obsidian haben. Da. Ja, hier können wir aber... Das geht jetzt auch schneller als 20 Sekunden. Oder 20 Schläge. Also zählen möchte ich haben. Ja, kannst du. Ja, kannst du. Also mal schauen, was ich so will. Wie viele habe ich? Sieben. Noch drei. Hm. Jetzt kann ich hier leider nicht mehr ruhig... ähm... stehen. Da gehe ich nämlich dorthin jetzt. So. Und hier noch. So. Ich weiß nicht, ob Leute, ähm... naja, junge Leute mitreden wollen, Ding. Ich weiß ja nicht. Ähm... Ich will ja dir nicht sagen, du hast eine kindische Stimme, aber... welche eher für Erwachsene Let's Plane möchte ich schon nicht so... ähm... so große Unterschiede haben. Aber sonst gerne, also... Ja, ich weiß nicht. Das können ihr Zuschauer, ähm... umfragen. Könnt ihr eine Antwort geben? So. Hier ist nix. Ne. Hm. Also. Dieses... Diese Zelt Obsidian, die mache ich jetzt für das Portal. So. Und jetzt gehen wir in die Dingwelt. Nette Welt. Hm. Das haben wir gar noch nicht gemacht. Slash Home. Slash Spawn. So. Wir machen kurz den Ding. Ah, da bin ich. Mein NPC, der so herumzogkelt. So. Ach komm schon, kann man keine Glaubenswürde sagen. Bevor ich in die Nette gehe, hole ich noch kurz den Bogen. Sodele. Dann gehen wir herein. Slash Z-Home-Portal Slash T-P-M Home-L-P So. Und wir machen jetzt einen Bogen, wie gesagt. Nehmen die Pfeile mit. So. Gut. Beim Eisenspitzhacken. Das Eisenspitzhacken kann ich mitnehmen. Die Diamant. Spitzhacken nicht. So. Das drüben. Home-Portal. Ich hoffe, es ist noch nicht alles weggefarmt, aber ich denke nicht. Oh. Das ist mir komplett irgendwo anders. Ja, meine Brüderkörbis stief. Like bei Drago da. Ja, wahrscheinlich, dass ihr liken solltet, meine Videos. Ja, dürft ihr gerne. Das war ein Loller-Arm. Was ich machen will, ist kurz hier Wegpunkte, neue Wegpunkt. Ja, das ist das. Portal. So. Aber Farbe möchte ich blau. Gut. Damit wir wieder zurückfinden. Sonst finden wir doch gar nicht zurück. Oh. Ich will euch nicht schlagen, bitte. Also. Wo haben wir einen Ausgang? Ja. Sonst graben wir uns hier. Raus. Wir graben uns hier mal raus. Damit wir da nicht bei den Leuten sind. Ich muss hoch. Wir müssen hoch. Oh, hier ist schon Quarz. Sehr schön. Das gibt uns wieder mal viel Levels. So viel. Ja, das ist eine gute Quelle für neue Levels. Auch wenn es langsam geht und so. Weil wir keine Monsterfallen so züchten können und wollen. Machen wir das Eierwürrn hoch. So. Irgendwo hier oben muss doch da ein Ding kommen. Ich passe ein bisschen aufs Lava. Da bin ich ein bisschen vorsichtig. Seht ihr? Da machen wir hier noch eine Kurve. Damit wir nicht dran landen. Dort landen. Seht ihr, wie schnell das ist? Da müsst ihr wahnsinnig aufpassen. So. Da müsst ihr aufpassen. Ich weiss nicht, seit wann das so schnell ist. Aber ich glaube schon immer. So. Ich kann gerade nicht. Bin im Netter. So. Wo kommen wir jetzt raus? Machen wir mal das so. Einfach geradeaus. Ja, wo kommt man denn hier raus? Ach, Netter sind manchmal richtig blöd. Eigentlich will ich hier raus und nicht nur eine Höhle. Oh. Hallo. Das ist aber noch nicht raus. Hä? Wo sind wir denn hier in einem Berg? Das sieht auf der Karte aber ganz anders aus. Ich glaube, wir haben das Portal eigentlich nicht betreten müssen, sondern einfach vom Spawn depodieren können. Ist mir jetzt gerade egal. Gehen wir einfach mal ein bisschen weiter weg und holen richtig viel Quarz. Okay. Ist wirklich gar nichts. Sind wir jetzt wieder am Portal unten? Oh, schaut mal her. Nicht runterfallen. Glowstone. Das nehme ich jetzt gerade zuerst. So, oder? Da drüben ist das Portal, okay. Oh, das ist genug. So. Ähm, wo ist da? Wo bist du jetzt? Bin, 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 bin. So. Also, dann ist das, der Part auch schon beide wieder fertig. Ähm. Könnte ich, glaube ich, mal kurz das noch erklären. Ähm, hier habe ich Easter Eggs versteckt. In dieser Stadt, also hier ringsum, habe ich Easter Eggs versteckt. Die dürft ihr natürlich sehr erfinden. Könnt mir dann einen Brief schicken, wo ihr Ding ist. Das ist ja, meine Villa ist ja hier hinten, hinter der Brücke. Ähm, mit den Fundorten, damit es nicht andere auch wissen, wo ich sie versteckt habe. Ähm, neue Fundorte dürft ihr natürlich auch mir Sagen nennen. Aber eben per PNF YouTube oder hier per MSG. Und die Nummer 7, die ist sehr, sehr gut versteckt. Die hat eine richtig fette Belohnung. Also, wenn ihr die bekommt... Oh, ho, ho, zurück. So. Was will der Novoleum? Was will er? Hm? Was will er? Mit seinem... Huh. Goldenen Geröse. Tastatue Abdruck. Autsch. Okay, von mir. Mit auf... Na, nee. Ehm... Marco... Erpeil, das so. Also er will wahrscheinlich uns noch kurz was zeigen. Hallo, Kuba. So. Hier sind eben die zwei neuen Welten noch. Ja, Architekte, damit ihr fliegen könnt, könnt ihr auch. Wenn ihr schön baut, öffentliche Gebäude aber nur. Der ist leider nicht mehr zurückgegangen, der hat nämlich eine schöne Stadt gebaut. Äh, also Stadt. So eine Hängemeerehäuser, die am Berg hängen. Jo. Da ist ein neuer, das ist glaube ich Kuba hier. Ähm. So. Holz. Sein Holz. Ah. Die Bücherregale muss ich dann noch machen. Jo. Schick. Da geht's nämlich auch. Geht's nicht. Nur von oben, oder was? Okay. Also. Dankeschön für's Schauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Euer Drago. Ja. Mhm. 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 Mhm.